das Spiel also hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part er hat das jetzt leider verpasst hat uns gerade das gerade großteils die gestorben ist das in den Bluboff aber er hat auch so er hat mir angefangen zu machen Oma von Katarina gekillt worden, dann hab ich Katarina gekillt um ja beziehungsweise Eshi hat die gespielt, komm schnell, dann sterben vielleicht Eshi hat den Katarina gespielt, dann ähm haben wir Cediohany gekillt und Eshi Oh, ich muss spiel an bei Worn Läuft aber eher ganz gut Ja, wir haben schnell schon Cediohany auch gleich Hund da kommt Katarina Ja, ich sag schon, ja, voll der Counter das ist nicht, aber ich hab nie den, äh, bin so Na, beide Stumm, beide Verstummungen auf den Dings, ja, rennt doch beide darum Ja, ich dachte, ich, ich dachte, der muss da oben lang Ja, jetzt ist das, ich dachte schon, der ist hier oben Ja, ich guck mal hier Ja, dann, da, da war, da war, da war, da war Da war, da war Ja, der ist aber auch nicht so gespielt Ja, der ist ja 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 Wie andersrum hier nach oben, oder? Ja, ich guck mal hier oben Ja, ich guck mal hier oben Ja, ich guck mal hier oben Das ist das Ich komme zu zu viel zu viel. Ich werde das nicht mehr leben lassen. Ich werde das nicht mehr aufhören. Ich werde dich nicht verletzen. Ich habe es aber auch nicht so gut wie ich spiele. Ich habe ihn mit Blu-Wars. Ja. Das ist... Achtung! Komm schon! Okay, das war krass. Hm? Hab ich jetzt Jules auf so einen Wolf gemacht? Ich glaube schon. Ja. Egal. Naja, er ist doch tot. Und da, oder? Das hast du auch bald schon gepiedet. Das ist halt doch gar nicht so schlecht. Ja. 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 Ich habe noch eine Portion. Boah. Krass. Damit wirst du sie jetzt alle umbringen. Nein, der Torx... der Torx darf nicht sterben. Ja. Was wird das denn mal so? Ich wusste es nicht. Ich wollte... Hier hat Kali das Leben retten. Ja. Kannst du noch starten? Oh, Entschuldigung... Entschuldigung für die Unterbrechung. Ist jetzt aber auch nicht... Eigentlich nichts passiert. Ja. Außer dass du jetzt einen Steal machst. Das war doch nicht gestealt. Das habe ich alles am Ende gemacht. Das geht jetzt los. Was ist genau. Und du willst... Das wirhh. Darr.. Das ist gut. Das ist richtig geil. Das waaál gitu. Meine성u ... Stille ... Ja, nein, nein! Na ja... So, jetzt schön durchpushen... ...oder auch nicht... ...oder auch nicht... ...haha! ... Ah, ich bin irgendwie dieses Spiel nicht so gut. Ich bin 666. Ah, ich habe nur den Totenkopf, der unten links erscheint, wenn man tot ist. Na, hab ich nur gleich angeguckt. Wo ist das so geworden? Oder ich geh mal nach Showhorn, das bringt's mehr. Nach Showhorn, bei den Dusern, ich hoffe das sogar nicht. Stimmt. Lieber hol dir mal lieber zwei Kells. Ich meine, ich hab's da drauf. Ich glaube, hier haben wir jetzt drauf. Bei den könnte ich mir das echt vorstellen, dass wir nicht weiter haben wollen. Ich glaube, wir haben den aber nicht. Oh, jetzt darf ich kurz ein bisschen. Ja, Triple Kill. Ist ja ganz nice, ne? Ja, wie gesagt, Auf-Tank gegen 3, Screech hier ist nicht. Ja, das ist ja auch gut mit DBS ist Ende, da weiß ich. Ja, hol ich mir danach. Wir machen ja eh nur AP-Schaden. Und vor allem, die ganze Zeit sind... Das geht nach Spiel, die ganze Zeit nur in Flame. Könnt ihr ja nicht, wenn wir aber durchgehen können. So. So. Hier hol ich jetzt mal. Witch End. So, ist es... da. Danach holst du das mit Hex-Hex, was du als Hex-Trinker bauen kannst. Ja, 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 Mor-Mor-Mor-Tinos. Also, keine Ahnung wie das aus dem Fall geht. Und wie so, Mor-O-Mor-Tinos. Das ist ein erstes Spiel, die Serie hier ist. Ja, ja, ja. Und dafür, dass es mein erstes Spiel mit dem Video ist. Und dafür, dass es mein erstes Spiel mit dem Video ist. Und dafür, dass es mein erstes Spiel mit dem Video ist. Nein! Wo? 3! Mich hat's getroffen! Wow! Ihr hättet sogar mit mir vorbeischaufen! Ja, wieso sag ich so? Es wird immer die! Sei der! Nein! Egal! Jetzt weiter!